Hey Leute! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir einen geilen Workout, was uns richtig Kraft gibt. Versucht mitzuhalten, es wirbt schnell, es wird Kraft. Aber genau das braucht der Körper. Macht so gut, wie es geht, mit. Glaubt mir, ihr müsst euch alles genau richtig machen. Fühlt, was bei euch am besten ankommt und dann geht's ab. Ich fang an, macht mit, es dauert nicht lange und dann geht's richtig ab heute. Mit dem Tagweilen und Atmung Energie. Let's do it! Vergesst nicht die Atmung. Immer viel Atmen dabei. Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen. Nie vergessen. Die Luft ist sehr, sehr wichtig für diesen Powerworkout, Leute. Luft, viel, viel Luft einatmen und wieder aus. Das gibt dem ganzen Körper und dem ganzen Blutkreis auch Kraft. Okay, okay, weiter geht's. Ho! Komm, nicht schlapp machen. Du hast es gar nicht. Komm! Halt doch so! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, schön. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Einmal so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nicht die Atmung vergessen. Ho! Okay, okay, okay. Liegestimmt. Hey! Wir machen das, weil der Körper braucht mindestens 10 Minuten, einmal ganz, ganz viel, einmal richtig auskosten, richtig Power rausnehmen. Das tut dem Körper gut. Deswegen 10 Minuten reichen immer voll gut aus. Ich hab's gar nicht getan. Und hoch. 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 Nicht aufgehen. Du bist ein Boxer. Hoch. Hoch. Und Oberschenkel hoch. und den Oberkörper bewegen, nach links und rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, komm, wenn du bis hier schon mitgemacht hast, hast du es gleich, Power, du hast Power, mach weiter, dein Körper wird dankbar sein, okay, jetzt, Oberkörper nach unten und nach oben, da ist es zu spät schon, aber versuch dich nicht dabei zu stressen, versuch das irgendwie mit einer lockeren Weise damit umzugehen, okay, und wieder Liegestütz, Leute, ich hab das gleich geschafft, 1, 2, 3, 4, 5, super, jetzt gehen die Beine nochmal, Kniebeugen, und nicht die Luft weg, immer schon eine Atmung wieder aufmachen, die Arme kreiseln, immer schon kreiseln, in jede Richtung, die es geht, und schön versuchen, die Atmung zu halten, immer wieder den Schwung mit der Atmung, einatmen, ausatmen, du hast es gleich geschafft, voll gut, dass du bis hier mitgemacht hast, wirklich, Hammer, und die Ball wieder nach oben, wir haben es gleich, und wenn sieben, sechs, fünf, vier, fünf, vier, sieben, fünf, sechs, fünf, vier, 3, 2, 1, super, und weiter, 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 mega schütteln, 3, 2, 1, und Körper ausschütteln, alles was geht, ausschütteln, ausschütteln, bewegt alles was du kannst. Oh, und nicht die Luftübung vergessen, du hast es gleich, komm, zieh noch durch, beiß durch, schön lockern, alles schön lockern. Und komm, 20 Sekunden noch, komm, 10 noch, komm, fahr ich noch durch, 3, 2, 1, komm runter, du hast es geschafft, dein Körper wird sich sehr, sehr dankbar schätzen. Man sieht mich wahrscheinlich hier unten nicht, ich gehe mal wieder lieber zurück, Leute, kommt runter, macht ein paar Atemübungen, ganz langsam, ganz wieder ausatmen, einatmen, ihr seid fertig, kommt runter, ihr habt es geschafft. Schön, dass ihr mitgemacht habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das komplett im Workout geschafft habt, und ob das für euch doch zu einfach war, oder zu schwer. Leute, wenn es euch gefallen hat, ey, zeigt mir das gerne, das wird mich unterstützen, mir richtig weiterhelfen. Leute, bleibt gesund, bleibt fit, ich habe euch lieb, ich habe, und habt euch auch lieb. Ciao. Ciao.